So, hallo zu unserem ersten Let's Play. Hallo. 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 Wenn wir es denn schaffen, ja, ähm. Ja, hier sind meine Freunde auch noch zu Gast. Häm sie doch! Der Bicholan und der schlecht zu erkennen Matustel. Ja. Ja, bevor wir ein Let's Play aufnehmen, wir natürlich einen schönen Film mit Minecraft sehen. Dann habe ich hier fortbereit meinem neuen Haus. Ah, Kuchen gibt es ja auch noch. Oh, Kuchenchen. Hast du Kuchen? Musst du kacken? Nee, Kuchen. Du meinst, der muss kacken. Ah, okay. Ah, ja, ich weiß. Ja, geh noch ein bisschen. Okay. Ja. Ähm. Ich dachte, es ist zu hell, oder? Hm, es geht. Ja, schon. Es kann mal jemand das Licht ausschalten. Ja, ich mache es. Mach es. Nella weiß der mit Licht drauf, gell? Ja, ich glaube, ich weiß, welche. Oh, ich habe den Fallen gedrückt, glaube ich. Äh, das ist die Selbstbestörung. Ui. Ui. Ich glaube, ich gehe mal durch. Nur das kann. Ja, gute Idee. Ja, und so schönes Haus. Ich gehe mal voran. Ja, äh, nee, also, jetzt. Was machst du denn? Hey, was seid ihr? Ja, ja, ja. Dann, los. Junge, 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 Junge. Ich gehe mal raus. Ich traue diese Treppe nicht, so wie sie sich anhört. Schrecklich. Und das hier billig war rauskriegt. Chinesische Billigwaren. Unsere Selbstbestörung. Ja, na ja, das ist schönes Haus da. Ich kann nicht fliegen. Mittlerweile ist eine Ruine. Naja. Ey, wo geht es in Dien. Komm, dann mach ich mir. Dann nehmen wir eben das Lett-Play-Roy auf. Okay, ich bin hier drin. Ah, hier. Problem. So. Wurzeln wir haben sie mit dem Spiel Fittchen immer noch mal das ist ein bisschen schief Niederländisch nicht da ist die Mann aber auch auf die Seite wo bist du denn ich sehe ich da auch hier weg ich bin nicht die so ist der Weg ist es nicht ich kann das nicht er ist geschafft ich habe es nicht Prozent Prozent ich komme gleich Prozent aber so gut auf dem Kopf ist ein Expo und und so ein Jahr vergisst es dich nicht mehr den Gehen und die Welt wenn man hier hoch siehlich was erlebt noch mehr erleben ist aber ich habe mich und ist man das ist ein Gehen wenn ich glaube ich hätte doch wie sie sich nicht mehr gegeben ich kann der Ex-Türkling und hier weil er sind ja er hat mich nicht mehr zu sehen gegen und nicht mehr los Ja, chills. Sind die nicht im Kindergarten? Ja, ich schon. Wo seid ihr denn? Ah, blödes Loch. Ihr seid ja ein Fischer. Ich steck ihn ins Kopf. Oh! Die Bauarbeit wieder mal. Wo? Ein Loch in der Strasse gelassen. Digi, schau mal. Ich bin mir da hier. Hey, du hast es geschafft. Du hast es überlebt. Hey, hast du was zu futtern? Ich habe Hunger. Ich nicht. Wo müssen wir gleich wieder reden? Ich weiß nicht. Ach ja, genau. Gibt es dir was zu essen? Ich habe Hunger. Chill down and make party. Ich habe jetzt wirklich Hunger. Das ist so groß hier. Ich habe diesen Tunnel gebaut. Wow. Der für die Stühle Sky Tower. Der Robins des Trocken von Sky Tower hat sich an mir. Ah, wie sieht die? Der Sky Tower. Der Logo. Ah, so schön als Sky Tower. Genau. Aber ich habe dich überholt. Hier könnt ihr ihre Werbung stehen. Wo? Ja. Cool. Schade. Das beste Schild auf Zeit. Nein, ganz sicher nicht. Nein, das lässt du. Nein, ich habe es mitgenommen. Schade. Nein, immer die armen Schild da. Ich bin da. Ich gehe mal rein. Moment. Ah, ich komme nach. Ich gehe mal rein checken. Nehmen den Lift. Ähm. Wieso einchecken? Ja. Sie haben sowieso zu. Ist zu spät. Ach, schade. Zu spät. Ganz zu gratis rein. Gehen wir einfach zurück. Oh, nein. Der Lift ist alles übertrieben. Ich muss noch Treppen laufen. Ich hasse Treppen. Mit freundlichen Grüssen. Bijolan. Was? Oh. Entschuldige. Na cool. Jetzt nehmen wir eben die Treppen. Ich hasse dich. Lalalala. Ich mag Treppen. Wie viele Stecken müssen wir rauf? Oh, ich bin nicht da runter. Na gut nicht. Kommt wieder mal in sieben. Ich glaube, das ist das Sieb. Hey Jungs, wo in welchem Raum ist denn denn genau? Niemung zu sein, hierher Thanke ein. Aber ich nehme mir, ich glaub du willst den Serverraum oder. Hei. Ich komme nicht. Ne, glaube ich, geht jetzt. Ich weiß nicht. Scheiße. Kocke. 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 Das nächste Mal besser, so. hören ich bin hier gut wie empfangen wie es sei so weit es war richtig die gewisse eigene viermalen das gewusst war richtig die US-Zieber meistern in Formel schien es ist glaube ich bin im falschen die US-Ziele was seid ihr denn wir müssen uns runter die Sto Arie er er wurde ja ich bin schon ich doch wir waren rechtlich ich habe den Lift genommen so das ist doch kaputt das ist ja eine Erfüllung zu haben aber der Rest war ganz es gibt 9 Euro er ist auch mal ein ganzer den ganzen Tag ich bin herrach ja ich konnte es nicht ob die Welt der sich los ist nein ich bin ein Köln ein Schuss auf den Platz gibt es da ich muss aber ich muss andere Seite und ich komme nicht durch ich bin ich bin das macht mir jetzt hier ich habe meine E-Mail ich habe kurz nehmen so oder dort habt ihr eure Hetz ja ja gut dann können wir mein Kraft auf dem Norden ja wenn ich mir das schon okay ich starte mal und was dort ist halt was dort vor uns ist gar nicht mehr auf dem PC hm komisch er hat schnell auf 7 Euro macht das ich ging weißt du was zu futtern ich habe echt Hunger nein ich muss kacken wirklich nicht mein Kraft dort aus dem gibt sie ja da war diese er wird weiter vor uns die ich weiß Prozent das ist ein aus der Lösung ja klar da gibt es nur ein Gemüse ein was was das war ja das siehst du gleich wohin das muss so wissen wenn es zu wie sie in der Armin die Tieren auch die Stärkung Reparatur und ich habe ihn gefunden die Türen ich meine ich doch auch schon zu tun ich bin 30 Kilo leichter so so was hast du vor ein ich möchte wissen die Wärten zu erwerben ist mehr was man zu werden er darf ich nicht kaputt machen das geht hier denn ich weiß gebunden machen ja vielleicht geht es dann wieder du zahlst die dann lieber nicht ist wir haben die zahl ist dann und wenn es läuft mit der marxie bei nur steigend von der türkischen durch hast du nun weg und wie ist die lösung als eine lösung sonst komm ich auch auch musste mir nicht die Tür von der Nase zu mein Gott dort und sieben als ich mich jetzt kaputt das ja es ist eine andere Lösung als sicher Ihr habt gerade den Server kaputt gemacht? Ja Ah, Neustart Ha, ich hab's doch gewusst, es geht Minecraft No on Steam Wow Das hat wirklich was gebracht Download Nein! Ich komm auch gleich One day Was? 1 Tag 23 Stunden und 35 Minuten Ah, ha Und 5 Sekunden Dann ist alles bereit Ja Jetzt können wir warten Ja, warte, wieder machen wir ein Let's Play Da aussen ist es ja schon Nacht, wir haben ja Zeit Heißt Nacht? Ich muss doch ab 6 ins Bett Es ist jetzt schon halb elf Weißt du was, ich glaube Let's Play nehmen wir erst den Morgen auf Können wir machen Andere Frage Hast du was zu füllen? Ich hab Hunger Du kannst zuhause füllen Wir können in ein Restaurant gehen zum Apfel Ja, war eine Idee Aber ich hab wirklich Hunger Ja zum Apfel, das ist nicht weit von hier Okay Bist du sicher? Gibt's dort viel zu essen? Gibt es dort Kuchen? Ja Ich hab richtig Hunger Gibt es Kuchen? Keine Ahnung Gibt es Kuchen? Nee, ich hab schon nicht eine blöde Tür Geh weg! Dieser Lift fährt nur noch nach oben Nicht mehr nach unten Gibt es Kuchen? Nee, der ist weg, wir müssen laufen Ja Entschuldigung Was hast du mit diesem Lift gemacht, Michelin? Ich komm nicht durch die Türen Sieh mich doch an Und wir haben Metal Starry wieder verloren Nee, ich komm gleich Kannst mich ja mal ansehen, was denkst du? Was ist passiert? Na ja, wenn ich renne, dann bin ich auch langsam Sieh mich an, was denkst du? Was ist passiert? Keine Ahnung Ich geb dir einen Tipp Hattest du einen Wut? Ja, ich glaub, du hattest einen Wutanfall Ja, ich glaub, du hattest einen Wutanfall Ja, hatte ich Oh Was macht der denn hier? Geh weg! Luf die Polizei! Einbrecher! Warte, den hau ich! Die Polizei kommt! Komm, den haben wir kurz ein klein Hey, der schießt auf uns Was geht los? Was geht denn ab mit dir? Komm, geh weg! Ich bin ich Kartoffeln, das geläst Hey, nicht mich Dähdähdähdähdähdähdähdähdähdähdäh Nicht mich schlagen Nein, ich find das lustig wie er den kaputt macht Scheisse Vielleicht ein bisschen Einer weniger Mach wiederbeleben Nein, ich bin nicht weniger Weiss nicht, was du hast, er hab mich noch nie getraut Slash, Back Bicholén? Back Bicholén Ja? Wo bist du? Ich bin hier 4 dort wird dort mehr ich bin mir gefallen jetzt glaube ich an die Stühle das stößt ich habe Angst verstärken dieser Augen mit Kuh so um ihn auch ihr muss sagt ihnen mit Katzen mal auf mich Katzen ja Katzen gibt es den Katzen aber auch ich gehe mal kurz was trinken ich gehe duschen keine gute Idee dieses Wasser ist kein Trinkwasser ja schon zu spät ich komme hier in der Strauss soll ich den Vulkan nennen? nein das passt schon gut diese Bauarbeit grauenhaft wieso ja sieh mal hier ist der Badeingang es kommt an einem so hinein tja Pech wir müssen unbedingt mit denen mal reden die nächste Gehaltserhöhung fällt tiefer aus nö denn ist hier keine dann ist es hier keine Gehaltserhöhung die haben hier ein Loch gebrodelt wo seid ihr denn schon wieder? sie wollten einkaufen äh noch ein Loch wo ich habe ich komme nicht drüber wo ist die Bahn hin? die Bahn ist die Bahn hier ist die Bahn wo ist die die was dann hey ich will auch ein komm was die Bauern auch wie wo ist sie dies sei die Strom schon gut dort bist du wo wo wir laufen wo auch nie kommen jetzt nicht den ganzen Wege oder ne da der Stumpf auch die gute Idee die Schlafen kommen wird es gibt es was so kommt es wird ich noch nass und das Leben in meiner ich hätte auch kürzungen mir erwarte ich ja gehen wir durchs Beispiel das blöde Gras drücken auf die Augen auf die Eier oh mein Kollege sitzt da auf mein Dach hi ich habe mein Bruder auf dem Dach sitzt mein Bruder hast du ihn gesehen? nee das ist auch nicht dann schlafen Penner oh jetzt mal schauen vorberufe was du nee oder soll dich doch auf dem Dach jetzt mein Bruder Prozent Prozent insofern muss ich komm nicht hin hey was seid ihr hier wo ich wollte es auch schockt stattdessen umgegangen ich komme sehr als erbreit nee doch auch aus dem Weg stadt wo in die Vorbereitung alles aus dem wo willst du hin müssen wir nach oben nach draußen wie so denn das naja sag mal was so hier ist ein hier ist ein er ist ein unten unter dem Haus ja hilf mir mal da beim Geheimeingang darunter ein das also nehmen sie über Station ja Stilungen ein weil er aber ist die Gäste ich gehe jetzt die rechten US-Sie-Transport das kommt mit das ist ein 1.08 ja kommt mit kommt auf nicht hoch was soll das eh ja auch ich bin laut mal ich komme nicht hoch mit dem die das macht in unserem in unserem Haus was das wird ein Jahr nachsDieter den nicht mehr da hat man das Ding meine Mutter gesagt hier ist die ob es trocken Korinther mit cute die sie nun möglich die Hersteller 1 Gött nicht am Knochen auch was ist die verschwürdige kommen 98 wenn die gehen naja ich meinen schlafen es ist viel zu weit die Schilder haben mich besorgt nicht so gut an wenn sie noch mehr verbrechen wenn die reichung im Knochenkopf irgendwie kommt wie das Gesamt der Hegel auch so vor wie mein Kraft ich glaube es ist nie ein Teufel ist es das nicht mehr unmöglich ist das Ziel der Quadratie Welt gesucht nicht wer ist nachvoll und reißen wohin fährt denn die Bahn so wie es sich auf die Stadtschaffung und ich dachte so war es so war ich hatte der Hunger ich habe das abgürtet zum Rest auch k ich weiß jetzt wo sie hinkommen ich schlage es mein Kopf an der Glasscheibe an das tut saumäßig weh klar ich habe schon kurz wie in der Arsch auf jeden Fall auf die Stadte Rukul als du schon die Städte haben die Mütze Wetter ich ging Baden Prozent keine Ahnung ich glaube nicht es muss schon wieder auf die Toilette möglich die Konie haben sie draußen Schade können sich keine doch im Schiff oben ist ein müssen wir aber zum Restaurant ich muss am Stadte ich habe Hunger schon wieder wir sind in den zur Abkürzung sie sind schon zur Abkürzung Neljaguar Rukul ein Seel geschwimmen geht das nimmt man eine gute Idee wieso nicht ich weiß nicht sind Wölfe im Wasser und Spaß es ist die Mauer ist mit schwimmen ja von wegen Abkürzung Neljaguar Neljaguar immer dieses Wasser und mit so blöde Dinger nicht so bis zu malen wir müssen ich mich darüber was wird so drüben ich weiß nicht ich dachte wir könnten und so wie kommen wir auf ich mag nicht mehr er hat es noch kommt ich habe noch ihren Teil ich habe TNT und Feuerzeug nie leider nicht gut dann ist auch das aufwärts ich bin kein Raum ich habe eine Hand siehst du siehst du ich habe eine Hand siehst du ich habe eine Hand ich habe eine Hand ich habe eine Hand ich habe ein ich habe eine Hand nicht zurück nach unten ich bin unten nein nur da Geist geh mir essen geh mir essen eigentlich dürften wir hier nicht sein wieso nicht ich weiß nicht was nicht weiß nicht was gehört uns ja nicht. Ist das mein Problem? Ich hab Hunger. Aber schließlich habe ich hier auch ein paar Sachen entwickelt, wie das ATC, das Automatic Train System. Wenn ich Hunger habe, dann will ich was essen. Ja, zwei Wagen hat es. Na und? Los, bringen wir die Wagen nach vorne. Ja, ich will auch einen Magen. Ich habe noch einen für mich selber dabei. Ha, ich habe einen Magen. Fahr dir mal mit dem Magen los. Verfahren in alle Richtung. Kommt gleich noch. Ehm, mein Wagen ist verschwunden. Ich gehe mal mit meinem. Komm, steigen. Wenn Wagen, wenn nicht losfahren. Sie steigen, was drücken. Nein, nichts ist meinetwegen, wenn ich zurückgekehrt habe. Ja, ja, komm, gleich. Bin ich richtig? Ja. Okay. Hast du noch lange, mein Style? Ja, mein, der Schiff, den Mann wagen. Ich bin zurück. Sind richtig, ich soll. Was? Wo ist denn geworden? Das sind Grafikfehler. Ich fahre schon die ganze Zeit. Wieso? Weil es noch hieß es. Hier steht. Ich fahre. Ich will auffahren. Dann fahr. Ja, ich gehe ja nicht. Du bist nun fähig. Ja, jetzt geht es auch. auch. Sag mir dann, wo du aussteigst. Ich steige, keine Ahnung, wo ich aussteige. Irgendwas hat mich getroffen. Los geht's. Ich steige gar nicht mehr. Mich hat was getroffen. Ist ein bisschen laut. Nicht warm. Nee, nicht laut. Normal. Kacke. Irgendwie geht mir der Berg ziemlich auf den Kack. Diese neuen Elektromotoren sollen leise sein. Was? Diese neuen Elektromotoren sollen leise sein. Da hast du aber in die Hosen gekackt. Wieso bekomme ich jedes Mal, wenn ich gegen eine Wand fahre, Damage? Das tut weh. Ich will nicht drauf gehen. Du gehst aber drauf. Cool. Autsch. Äh, nein, uncool. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Gezessen? Wo bist du ausgestiegen? Gezessen in den Truhen? Ich bin ja bei der Situation. Bin ich ausgestiegen. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich habe Hunger. Und kommt ihr? Äh, ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. Mein Wagen ist stecken geblieben. Ah, ja, bist du. Ah, ja, bist du. Ah, ja, bist du. Da weiß ich nicht. Das wird er zurück. Hey, wo seid ihr? Ich seh euch nicht. Ich bin hier. Ja, wo seid ihr? Ich seh euch nicht. Ich seh euch nicht. Da bist ja. Hey, was los? Ich seh euch nicht. Wie, aber? Ja. Da bist ja. Aber ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Wo bist du denn? Mattelstyle? Mattelstyle? Mattel sehe ich. Ich seh Mattelstyle, aber dich seh. Ah, doch. Ah, ja, bist du ja. Ich seh mich. Ich habe nur noch ein Halbherzen. Ich glaube, wir haben hier ein Chaos angelegt. Ein bisschen. Wo müssen wir hin? Moment, ich schicke hier ein paar Wagen fort. So, hier geht's weiter. Ich habe Hunger. Und ich habe nur noch ein Halbherzen. Das Problem ist, ich habe nur noch zweieinhalb Herzen und ich habe Hunger. Und ich habe eineinhalb. Ja, dann komm, jetzt habe ich noch eins. Wie so bist du durch die Tür gegangen? Ich bin nicht durch die Tür gegangen. Von oben runtergesprungen. Du bist... Gut, ich weiß, war ein Mensch. Du bist dumm. Ich weiß, meine blöde Idee. Sehr blöde Idee. Gibt's da viel zu essen? Garniebben. Garniebben. Ich hab rechtlich. Hörer. Nein, ich hab rechtlich. Ich hab rechtlich schon mal. Gedenken ist gut, wie viele Themen werden. Ja, 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 ja. Nein, ich hab echt rechtlich schon mal. Nein, wir sagen halt nicht. Ja, nein, das habt ihr schon wieder. ein halbes Herz. Passt zum... Irgendwo hier... Oh, ich sehe mein Haus! Diese Pilze, die ich gegessen habe, waren wohl nicht so gut. Ich habe mein Haus gesehen. Schau mal mein Haus! Hey, ich brauche was zu essen, los! Ja, ja! Wann kommt das zum Apfel? Ich will aber nicht nur einen Apfel. Einen? Zeig. Hier rein, dann hast du zu essen. Nein, es ist ein Müllschlucker. Es ist ein Müllschlucker. Hänger fest. Knie angeschlagen. Ich hänge auch fest. Hang around. Ich hänge nur so rum. I have a hang over... Ich glaube, wir lassen. Ich glaube, die haben morgen nichts. Wir gehen zum Apfel. Ich habe einfach nur Hunger. Das ist alles. Na, wieso hast du denn mit... Ach... Warte, ich habe auch eins. Wieso hast du das? Ge weg! Ich habe keins. Meines ist weg. Dann laufen wir halt. Nee, ich will nicht laufen. Kommt die Lager nach? Ja, du hast da auch ein Fahrzeug. Du weißt, wir müssen viel laufen. Ich weiß nicht. Ich habe nicht mehr zu essen. Ich geh drauf. Ich noch nicht. Warte. Ich habe was zu essen gefunden. Moment. Ein Knochen? Nee, warte. Hier liegt, glaube ich, ein Apfel. Achtung! Zug kommt! Passt doch auf da unten. Ich habe ihn verfehlt. Scheiße! Ich habe ihn verfehlt. Scheiße! Ich habe ihn verfehlt. Das ist kein Hund. Das ist kein Hund. Ach, hier ist der Hund. Der ist ein Hund. Der kommt. Schau mal hier unten. Da ist das Restaurant zum Apfel. Wo warte? Ich will! Hunger! Los! Lauf! Hunger! Mehr! Ich will! Na, wenn! Wann kommt dann der? Warte! Ich bin nicht so schnell. ich komme immer langsam das kann ich noch mal aufbauen nun bitte ich habe das gerade jünger in dem ich weiß bei dieser hohe ausdachstelle Prozent zu können sich aber auch in Magen so bin ich tot ich bin tot du bist in Band gefahren heisch gehen nie ich bin ich und klar waren ich bin die in die Wand gefahren wer seit ihr wir gehen da mal zu bester oder ich bin in dem Wald die geht bis zu hinter mir ich habe Hunger ich gehe jetzt dann gleich drauf der Psyche schon ein hey ich bin hinter dir ich habe das Restaurant schon gesehen ich würde es noch ein ich gehe rein hier wo essen Brunner die Sammarschungs war auch ein die von der Kiste ich hab Hunger nein ich nehme ein bisschen die Ehe war doch nicht ich habe Hunger die Kiste hängt Michola ja wo bist du vor dir hinterher neben dir Ah jetzt hat sich mein Herz aufgefüllt ich kann die Kiste nicht öffnen in die Hins die Verbindung du bist gar nicht hier du bist ganz hier du bist falsch ich bin ja herr komzentig so warte letztes Jahr ist es nicht ich kann die Kiste nicht öffnen scheiße du bist auch ich bin ich bin nirgends ich bin ich bin nirgends soll ich dir was zu stellen ich weiß die Anstelle ist aber ich kann euch wieder ich habe ich am Steak auf dem Bund geworfen reichwissen Grafik die Seine in der Nähe soll ich noch mal rausgehen wo ist diese sie tun nicht ich sehe ihn auch nicht ich stehe hier hilft mir Jungs das ist der Geist hey hier hallo ich sehe ihn nicht seht doch wo ist er hin ich stehe hier ich stehe hier ich laufe hinter dir ich schlag dich ich schlag dich jetzt hier guck ich schlag dich ne du schlagst für sich doch guck ich schlag dich und jetzt haue ich dich mit dem Stück Fleisch ne du hast mich gar nicht sicher ne scheiße ja weil er geht schon wieder ab und ich weiß was ich gehe kurz raus ein kommt gleich wieder was raus das raus er macht mehr für ihn wenn du mein Spaß warte alle jenst zählen die gewohnt ist da sei dir er im Hort im zum abfeld ich weiß nicht wo es da zum abfeld geht die geschehen ja ja ich nur dort vorne kommt es klar ist kommt gleich er kommt diese geht schild ein als sehr leichter hat sich ja nicht nur ein und so nicht und so doch ich sehe ich es kommt gleich von der Bahn aber nicht mehr als du bist woher er muss sei die da jetzt ist die jahre eigentlich war und fällt nicht lang schlagen schlagen ich stelle sich nehmen mal was zu essen mit nimm ein bisschen vorrat mit ja aber das reicht ich mag Melonen und ich mag so ich mag Kekse so fertig warte ich brauche noch ein Kekse ich mag Kekse na wo gehen wir hin bis zu den Tod gegen den Schlamm ins Gefängnis Hengen ist bis in Gefängnis sehen ein Schloss ein Schloss alles andere aus der Schöne ist für die Welt erlaubt der der eine Sorte Welt ja das ist die erste ich habe das hatte für mich ja das ist das für mich schlecht schlafen nein wir warten und so geht die Idee und sagt nein er war das seit ihr was macht ihr äh wie ich ihn und er ist sie öffnet man das hier ich komme auf die Seite in die Rechten neben der Tür Hansen Schalter Blin und mehr die Muster nicht in den Ruhigen es kommt gleich wieder mit dem Stück Fisch in der Hand ich komme gleich die man für euch das Feuerzeug mitgenommen dann kann ich mein TNT anziehen ich nehme Feuerzeug mit dann kann ich TNT in die Luft jagen los, fahr diese lahme Kiste ist der größte Quatsch ich will dich noch ein ah jetzt kommt die dann gleich meine Lohre entgegen von wegen die Chance gegen mich ich will dich gegen die Türe Deke wo bist du? hei Deke hei Deke wo bist du? hinter dir ich sehe ihn nicht ah da oh hier Na Homa hat Hunger soll ich mal zzzz machen? nein ich bin wütend ich kann dir einen TNT schenken nein ich meine ob ich jetzt mal zzzz machen soll? ja dann ich kann ja ein bisschen TNT spenden aber sonst nee bist du runtergefallen? nee tolle Idee was? was? los? sag's ich hab doch mal einen neuen gebauten Virtual Raum dieser ähm ich hab ihn gebaut weiss aber den genauen Namen nicht mir wird schlecht ich sag dir mal Hologram Raum mein Tier bist du? wo bist du denn hier? hier nach oben bin falsch gelaufen na du immer ich fahr schon lange nicht mehr in mein Tier vom Weg nach Kürzung jetzt kotze ich dann gleich hier ehrlich hier ja ich sag's ja oh 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 was? grüne Männchen oh mein Bruder warte ich will Hallo sagen Bruder? hoffentlich fliegst du in die Luft hey ah! meine Bruder ah! Zombie los alle runter mein Bruder Hilfe geh weg Degge wo bist du denn? in meinem Neubau meine beiden Brüder schlagen mich hilf mir komm einfach runter Degge komm mal raus es ist dein Versteig ich finde ich Entschuldigung ja nicht wenn du du kannst Treffer laufen und Kekse fressen glaub's mir es geht wow große Bücher was sagst du denn schon? nein ich hasse Bücher ey wo geht's hin? was? ja kann man Bücher essen? das Geheimnis die Geheimnisse von Minecraft Teil 1 nein mein Raft mein Kraft mein Kraft der Rest geschrieben mein Kraft wo mein Kraft ich wär fast reingefallen sag doch das früher sag doch das früher was laba war laba stumm Geheimnisse von Minecraft Teil 1 mein Kraft fick dich wo geht's hier wo? hier ist ne Kiste die ist leer was? seit eins von drei äh nicht interessantes ok alter war laba stumm muss ich irgendeine Aufgabe so entschuldigung was entschuldige wir müssen hier hin so das Buch ist wieder in der Truhe wo müssen wir hin ich will Minecraft spielen also let's play aufnehmen los Junge dann lauf mein neuer Holraum wuuu ich folge dir mein Party hoffentlich sind meine Brüder nicht wieder da die nerven und deine Brüder sind es sowieso nicht aber wo siehst du meine Brüder schlagen jetzt mal bereit? ja komm ja komm ja komm mach schon ein da los geht's wo sind wir her wo sind wir her ich komm alles bereit ja ja los ohne geheime Eingang ich komme nicht rein ich komme nicht rein ich komme hier auch nicht rein bin ich blöde oder was lauf du mal ah ich bin drin warte ich komm ja ja DG wo bist du denn keine Ahnung ist es dunkel wo DG wo DG hörst du mich soll ich mal Feuer machen warte ich mach mal Feuer oh ja ich hab euch Feuer ich hab euch Feuerzeit gemacht mit dem Fallzeit Feuer gemacht das ist wieder raschen fei fei das ist wieder das brennt das ganze hause ah komm schon alter da wieder hier nein du bist auch nicht schlau abkomm so nennen wir den Raum in Betrieb ja los gut so lange keine Zombies kommen so was wartet jetzt auf uns Blutwerber eingeschaltet ja logisch immer du auch ja alle ich schimpf gerne ja 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 machen wir uns mal in der Zeit schaffst du mal los wo ich glaube Zombies kommen weil weißt du das ich weiß nicht ich kenne DG so ich meine deine Fragen alle rüber was los wo Ruhe bitte ich muss aus WC Ruhe bitte ich gehacken Ruhe bitte ich gehacken mit Ruhe bitte wir wollen hier ein Let's Play aufnehmen ok ok dann können wir ja DG gehen